Also ich habe jetzt aber an meiner Bittrate nichts geändert, ne? Ich habe nur die Auflösung. So müsste das ja von eurer Logik her, also so wie ihr es erklärt habt, Sinn machen, brauche ich. So, ich wollte... Oh, ich bin ein bisschen früh raus. Kommt davon, wenn man ein Chat liest. Egal, komm, wir landen irgendwo. Support ist kein Wort. Nicht? Ich würde nicht gerne im Support arbeiten. Könntest du mit höherer Bittrate streamen? Ähm, ne, ich glaube, ich bin schon ziemlich am Limit, weil, also Twitch gibt dir ja auch ein Limit vor, du kannst ja nicht einfach irgendwas wählen. Ich glaube, ich bin kurz unterm Twitch, ähm, vorgegebenem Limit. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht auswendig. Und ich weiß auch nicht, höher, es könnte, bei höher, höher könnte es vielleicht trotzdem auch dann zurück lang kommen. Also ich habe zwar mittlerweile besseres Internet, aber so gut eventuell auch nicht, bin ich sicher. So, wir erwarten jetzt nichts von dieser Runde, weil besser als jetzt wird's nicht. Wo ich eine ähnliche Waffenkombination jetzt habe. Zu Mensch brauchst du keine Gedanken zu machen. Du meinst, egal was ihr vorgebt, ich mache, ich halte mich nicht an eure Regeln. Ist selten eine gute Idee. Oh, O&P. Ja, geil, die Texturen sind hier übrigens noch nicht aufgelöst. Weh, ich habe hier weniger Loot, weil es noch nicht da ist. Ich habe noch nie eine Skorpion benutzt. Echt schöne Texturen hier, die Bodentexturen sind da wahnsinnig. Und die Tür, Tür. Ich selbst droppe leider ab und zu uns Frames beim Streamen. Hm, ich nicht. Also eigentlich, also nur wenn irgendwas los ist, aber ich zum Glück nicht. Ich kann, ich kann, wenn ich gerade hier eine ruhige Minute habe, kann ich dir sagen, wie viel, was ich eingestellt habe. Ich finde ja mal wieder keinen Rucksack und keinen Helm. Das ist eine Überraschung. So, wo sitzen wir hier eigentlich? Ja, wir sitzen ganz okay. Warte, ich kann es mal kurz gucken. Weil ich hatte das ja immer mal so ausgetestet, so, dass es halt eben nicht ruckelt. Wo finde ich das denn jetzt? Ja, 2500 hast recht. Und dann geht die Suche weiter nach einem Helm. Ich gucke gerade mal so ein bisschen, sehe ich damit laufen vielleicht? Achso, der Videoplayer kann das anzeigen. Na dann. Wie ist der immer mehr bescheitert sich? Oh, das sind definitiv Dinge, die ich mir nie merken kann. Ich bin immer nur froh, wenn es sauber läuft und man was erkennen kann. Und dann behalte ich das bei. Das Bilddome ist ätzend. Das ist sehr fies, ey. Wird man da so angeklotzt von so einem Bild? Yay, zwei Helm. Hä, was habe ich dann da mitgenommen? Das will ich doch gar nicht. Ich habe Dinge getan, die habe ich überhaupt nicht realisiert. Okay. Leg dich mal ins Gras, damit wir den optimalen Vergleich haben. Kommt sicherlich noch. Wobei ich befürchte, vorher beiße ich vielleicht ins Gras. Aha, Witzigkeit. Ich will den, egal, ich habe mal einen Dreier-Rucksack, okay. Ich muss mir seinen Rucksack genommen. Zweier-Rester habe ich schon. Ich beschweige gerade das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Dreier-Rest. Nehmen wir den Auto. Das ist gut. Ich bräuchte ein bisschen mehr Munition. Siebener. Zumindest. 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 Was blöd ist, ich weiß nicht, ob ich schon war, nur nicht. Irgendwie kam mehr aus der Ecke da oben, oder? Ich will halt nicht glauben, dass ich die ganze Stadt für mich alleine habe. Das kann nicht sein. Jetzt ist das keine 7 da. Ja, wunderschön. Bisher finde ich die Qualität gefühlt gleichmäßiger. Ja, zwar weniger scharf in manchen Situationen, aber weniger pixelig in anderem. Okay. Ja, das dürfte dann weniger scharf sein jetzt. Wir sitzen halt wieder gut. Das ist echt... Was ist denn los, Alter? Wie das läuft. Komm, wir gehen raus. Ja, ich hab das rumhocken. Wir fahren ein bisschen mit dem Schneemobil. Hier ist Gras. Ist hier mal... Guck, Gras, Gras, Gras. Soll ich mich mal reinlegen? Da. Schneemobil. Ich meinte, ähm... Wie heißt das? Jetski? Ne, warte, wie hieß das nochmal? Jetski ist das fürs Wasser. Ich vergesse es immer. Doch, Schneemobil, richtig. Wobei ich bei Schneemobil auch immer an... Ich musste jetzt an das anderes denken. Wie heißt das denn? Ich würde über den Fluss fahren. Ist der zugefahren? Naja, ist nicht der zugefahren. Ist ja lo. Achso, du warst... Ja, du warst nur überrascht. Ja, ich dachte, weil du überrascht warst, dass ich es falsch... ...gesagt hätte, aber... Ich muss dann so ein Schneeräumfahrzeug dann denken. So, hab ich... Was hab ich jetzt gesagt? Ja, nee, Schneemobil... Ich dachte, da wäre jemand beschossen worden hier in der Ecke. Gut, so an der Kreuzung zu stehen. Kann man mal machen. Wo man irre ist. Ich bin jetzt einfach mit dem Ding rumgefahren, aber ich hab gar nicht drüber nachgedacht, wohin. Da hat jemand sehr schräg geparkt. Guck mal, da ist wieder so eine Hütte mit einem Kamin. Wird diesmal den Kamin genießen dürfen, oder ob wir jetzt gleich wieder in die Mangel genommen werden? Hallo? Okay, da ist jemand. Danke, das Hupen war eine gute Ablenkung. Ich glaub, der ist da dran. Ich glaube, der ist da dran. Nee, ne? Ich glaub, ich hätte eventuell einen Schatten gesehen, aber ich glaub, es war Schnee. Außer der ist gerade die Treppe runtergesprungen. Ne, ich hab nur noch Smoke und Stun. Das ist ein bisschen doof. Ja, der Schnee ist eigentlich ein bisschen wenig. Das ist richtig. Sollte man nicht nachmachen. Schneemobil, also wenig Schnee. Und über die Straße. Ich kann natürlich einen Stun just verfallen. Ah, ich seh nichts. Ich glaub, der mag da oben nicht rauskommen. Steht in. Ja. Was ist denn im anderen Zimmer? Ich glaube, dann habe ich alle Zimmer reingeworfen, nur nicht da, wo er dran ist. Ich bleib mal hier. Naja, der ist da. Ist rausgesprochen? Keine Ahnung, ob das ein Fenster hat. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, ich könnte eigentlich auch sowas draufsetzen. Schnelldämpfer ist schön. Noch einer. Ich habe alles nichts gebracht. Pfanne habe ich schon. Okay. Ja, das ist jetzt auch schöne Fenster zum Reinwerfen gegeben, aber da hätte man wissen müssen, dass er hier ist. Aber so lief das doch viel besser. Warte, da hattet ihr irgendwas zum Werfen. Ich habe nämlich jetzt nichts mehr. Oder du? Okay. 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 Ich habe das ja mal. Okay. Und ich habe. Okay. Ich habe das. Bist du oder? Okay Ich überlege, ob ich hier bleibe oder eins zurückgehe. Ich könnte da runter. Gucken, wir sehen wieder irgendwas. Gucken, wir sehen uns. Ich werde gerade von draußen beschossen. Ich habe wieder einen Haufen Medik jetzt nochmal. Ähm, 6-Hack-Scope habe ich schon. Nein, brauche ich das nicht. Ich brauche gerade 10. Ich gehe mal 10 weg. Oh, das reicht noch nicht. Ich will ja nicht zu viel Munition rauswerfen. Ach ja, ich schmeiße die Smoke raus. Waren mal Extended Dinge? Das habe ich gar nicht. Okay. Ja gut, dass ich runtergelaufen bin, denn... Oh, das geht Richtung Burg. Ja, witzig. Okay. Der ist in die falsche Richtung geflüchtet. Irgendwer schießt von da oben, aber der soll mir jetzt mal egal sein. Ich will die andere Richtung... Das war der, der mich auch schon beschossen hatte. Der hat den gekriegt eben. Keine Zeit zum Noten. Ich will lieber weiter. Da hinten läuft einer. Park dein Auto. Oh! Guten Tag. Ich will jetzt wieder das Kreis-rum-Rennspielchen. Tschüss. Trommelfeuer. Was sind das denn heute für Noobs? Also wenn ich schon locker vier bis fünf Kids pro Runde kriege, das ist ja ungewöhnlich. Entweder kriege ich tatsächlich langsam Übungen, was ich nicht glaube, wenn man sieht, wie ich normalerweise schieße. Oder sind echt heute einfach nur Noobs unterwegs, vor die Sonntagsfahrer? Irgendwie. Wer schießt und warum? Wir müssen tatsächlich jetzt alle da Richtung... Das ist ja lustig. Alle zum Schloss? Oder der Burg? Oder was auch immer das ist. Das ist ja cool. Und scheiße. Ich nehme das Auto. Bestimmt niemand im Visier. Aha! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hi. Nein, ich wollte gerade sagen, da ist einer, das war nur ein Fenster. Oh, guck mal, ich nehme die Kanonen. Ich schließe mit den Kanonen, Alter. Ich kenne mich hier in der Burg nicht aus. Das ist ein bisschen wild, gerade. Hallo? Oh, das ist cool hier, aber da kann ja echt in jeder Ecke einer lauern. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Du Scheiße. Hey, dann geht das noch hoch. Okay. Voll schön. Guck mal, richtig schöne Burg. Oh Gott. Ich kann zwar jetzt nicht dahinter hin zielen, aber ich kann, ich habe den ganzen Burghof im Blick. Das ist doch nicht schlecht. Bisschen ein Darksword. Ja. Wahrscheinlich möchte ich gleich wieder runter. Nächstes Gefühl, da kommt gleich immer die Treppe hoch. Ja, shit, war ja klar, ey. Da kann auch irgendeine Ecke mit lauern. Hm. Das tut's dann auch. Hätte ich's wagen, aufs Dach zu klettern? Oder wäre das zu... Also, ich meine... Ich glaube, ich lasse es lieber. Da liegt eine Leiche, toll. Das ist ja vielversprechend. Das war ja vom Anfang. Ich muss da halt jetzt auch irgendwie raus. Hast du noch irgendwie nur noch einen Ballotor-Foto? Ahaha. Ahaha. Bin fast im Kreis. Von wegen nur Nux und Wegs, weil er eben da lag, meinst du? Ja, in sich war das ja ein gutes Versteck, wenn ich nicht so gründlich geguckt hätte, ne? Ach, die sind alle draußen wahrscheinlich, ne? Ich wollte gerade sagen, hier verstecken sich keine sechs Leute mehr. Ah, nur haben die Glück gehabt, sozusagen, weil da unten geht's jetzt weiter eigentlich. Wo komm ich denn da jetzt hin? Super. Schon nicht, gar nicht. Sieht schon cool aus hier überall. Wenn man aufpassen muss, dass man sich nicht dauernd einfach rumguckt. Ich muss da irgendwie runter. Fuck. Das ist gerade sehr ungünstig. Hallo, Leute. Fünf Leute. Hä? Diesen kleinen Pfutze-Kreis wieder. Das ist... Die unten ist bestimmt einer. Es wird sehr eng, gleich. Verdammt eng. Oh, scheiße. Eine Viertelstunde etwa geht's essen. Ja. Ich habe gerade voll die guten Runden. Ich glaube, es sind nur Noobs unterwegs. Fier da. Ja, nicht nur von der Platzierung her. Ich habe auch vier bis fünf Käse. Also gestern... Ach, gestern. Letzte Runde fünf. Diese Runde schon, glaube ich, vier. Ja. Sehr merkwürdig. Sag mal, es sind noch vier Leute. Wo sind die denn? Mein einer ist irgendwo über mir, aber... Die anderen? Hauptsache, ich bin im Kreis. Wie viel Uhr haben wir denn? 17.08? Das war früh gekocht. Ja, ich war hungrig. Ja. Okay. Ich habe nur noch nicht damit gerechnet. Ja, geht. Kannst du dir nachher auf Twitch angucken. Sag mal. Also entweder rennen jetzt gleich alle drei da rein. Ach, da habe ich es. Mist. Ich hätte einfach lechseln müssen. Warte, warte. Spectate. Schon wieder dritter... Äh, vierter. Also, ja. Eben waren wir auch vierter, ne? Ja, die Eti! Deswegen habe ich den schon ja auch nicht gesehen. Wieder vierter, ja. Oh, oh, der muss jetzt schneller rein. Oh, Gott. Sehr knapp. Ich glaube, der ist so tot. Hä? Das hatte ich auch noch nicht gesehen, dass halt so der Kreis so zugeht, dass keiner mehr im Kreis ist. Wieso hat das Match nicht vorher aufgehört? Wo war denn... Hä? Als er eben den Eti erschossen hat, hätte das Match dann nicht aufhören müssen? Hier, schon mehr fünf Games. Was, was, Leute, los? Ähm, ich will gerade mal gucken... Können wir das... Ich würde das mir mal im Replay angucken. Ich dachte, das waren doch eben eigentlich noch drei. Der Yeti eher, bei dem wir gespectatet haben und da müsste ja noch einer gewesen sein. Toll, ich würde Promoters... Danke. Das ist ja geil. Ähm, keine Ahnung, was das bedeutet. Drei und drei Minuten hat die Runde gedauert. Schön. Aber es waren schöne zwei Runden. Finde ich. Ähm, kann man ja eigentlich sogar auf YouTube hochladen? Plamiert man sich ja nicht. Der andere ist in der Zone... Ja, muss er ja in der Zone gestorben sein, ne? Ich habe immer das Gefühl, das Match... Normalerweise ist ja sofort Match beendet, ähm, wenn das passiert. Hä? 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 Aber man kann ich nicht irgendwie... Oh Gott, das ist alles neu. Äh... Genau, das bin ich. Ja, helfe, Kamera. So, wo waren die denn alle? Da... Ach, die... Alle drei da unten. Ich war der Einzige in der Burg, ne? Nee, Boneboard. Das war der, den... Den ich gesehen habe, den ich aber nicht getroffen habe. Das ist wie eh so eine Belagerung. Die haben die Burg belagert und wir waren drin. Nein, da haben die Belagerten... Belagerungsleute gewonnen. Ähm... Core Kitten... Also... Ähm... Okay, warte mal. Ich wollte da jetzt nicht reinzoomen. Was war das jetzt wieder? Ich wollte jetzt Play drücken. Sie müsste ja dann draufgegangen sein, außerhalb. Da, Bomboard, habe ich die ganze Zeit gehört. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Die bewegen sich einfach gar nicht. Das hätte ich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch nicht getan. Erstmal. Die sind echt irgendwie gerade eingefroren, aber das könnte auch in der Kamera liegen. Ich glaube, Bomboard ist im Turm gefangen. So, der von da müsste dann der hochkommen und mich erschießen. Und sie ist einfach sitzen geblieben oder so. Kann das sein? Ah ja, er ist aus der Burg nicht rausgekommen, er hat den Weg raus nicht gefunden. So, er muss sich jetzt bewegen, links da. Weil der mit der Mauer gelaufen ist. Der hegt sich immer noch nicht. Ich schwung mal ein bisschen vor. Ah, jetzt kommt der Jedi um. Ja, jetzt kommt er hoch und sieht mich. Ja gut, die haben mich... Entweder hätte er oder eher einer von beiden hätte mich ja auf jeden Fall erschossen. Dann nach zwei Seiten hätte ich nicht geschafft. Da kullert meine Leiche. Ja, sie ist irgendwie sitzen geblieben. Ups. Ja, das war's. Weil sie musste ja um den ganzen Felsen drumherum. Das hat sie ja schon nicht berechnet, weil... Das schaffst du in dem Zeitpunkt nicht mehr. Da ist das Blaue zu aggressiv. Das kriegt man nicht mehr hin, das hätte sie vorher machen müssen. So war das also. Report. Cool. Ich mag das, sich das mal anzugucken. Nein, das war falsch. Hier, dieses hier. Denn es gibt jetzt Futter für mich. Ein bisschen früh heute. Eine Stunde früher als sonst. Aber ich beklage mich nicht. Hauptsache, ich kriege was gekocht. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich gehe was futtern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht mache ich nachher weiter. Oder den nächsten Tagen dann mal wieder. Eventuell dann auch diese Demo von diesem Omno. Mal gucken. Bis dahin. Macht's gut. Dannわかயrunde Slash. Dann pone ich bolt. Dann suchen die Micah. Und dann sprechen wir noch mal.